schön dass ihr wieder dabei seid beim Minecraft das Mikro richten Sack wir schauen jetzt mal ähm ja wir schauen hier haben ein Bankomat braucht kein Mensch ähh was haben wir gemacht die Item-Kondos Speedup geht brauchen wir nicht oder nein dann haben wir hier wieder ein paar so komische Dinger drin die kein Mensch braucht äh die schmeißen wir weg diese Chestblade die haben eben sie wert die geben wir nach unten so ähm hier rein immer so ein bisschen vor Dingen falls wir dann irgendwas machen müssen kann man das da reinwerfen so äh Filter ja vor allem mal auch nicht mehr Flint Spitzack cool dass ich das noch habe das ist einer der ersten die ich hatte gell ich glaub ach Gott ja hier haben wir relativ viel Zeug was kein Mensch braucht Leute kein Mensch braucht das so dann wir müssen jetzt mal gucken was macht der da close to und weg damit naja keine ahnung was der da macht ähm ähm was ist das was ist das was ist das Slack Furnace was kann man da machen ah ok ja für das durchgehen wegen dieser labers zu sieht oder die kann man eigentlich auch mal weg machen da haben wir irgendwo stein nein haben wir nicht die haben wir kompost koppelstern auch egal kann man den da unten mal weg machen kann man den hier weg machen den weg machen den weg machen den weg machen den weg machen gut dann ist der auch mal weg den braucht auch normal keiner mehr momentan grindstone an anvil noch jede menge Ressourcen oh Gott oh Gott oh Gott Leute hier ist der Aufgang könnten wir auch mal irgendwas machen damit ähm unser Lootback von letztem mal weg damit genau hier sehen wir schon ein ME Kabel das heißt ich wollte ja mal irgendwann ein ME hier legen ME Kabel und wir brauchen ein Crafting Terminal haben wir nicht jetzt ist natürlich die Frage was brauchen wir hier für alles so Glas wir werden jetzt mal gucken ähm Glas haben wir nicht haben wir Sand nehmen wir drei Stecks Sand dann nehmen wir unsere Torch hier nein nicht die Kompress nehm mal die ultimative zeige ich euch mal was zeigen ja wenn ich da reinkomme komm ich nicht rein hier die Torch in Stelle und sag mach mal ein bisschen schneller gell und Sandschmelze haben wir fertig einfach geiler Style oder so dann brauchen wir ein bisschen Zertus davon 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 ein bisschen da brauchen wir ich glaube Eisen ein bisschen was braucht man noch so für für Kraft Terminal ein bisschen Silikon brauchen wir noch Silikon und ich glaube das genügt eh schon wenn wir jetzt mal gucken können wir uns kein Kraft in Terminal machen wir können uns Quarz Fiber machen aber kein Kraft in Terminal weil was fehlt denn da noch pure nein was brauchen wir für das Kraft in Terminal wir brauchen Holz noch und Flax so und Gold wir brauchen wir brauchen Gold uh echt jetzt naja Gold dann brauchen wir noch Fluxi Dings Bums oh da war nicht viel das kriegen wir so drei Stück na das ist aber wenig Fäden hier Zertus kriegen wir Zertus hier mit so und so und so und ein bisschen Zertus so bam gut und Flux können wir das auch verdoppeln nein glaube nicht oder nein nein dann machen wir so so weiß nicht wie viel wir da brauchen weiß auch kein Mensch Goldhammer Silikonhammer dann brauchen wir noch das hier das kriegen wir Charged Nita Quartz Nita Quartz Nita Quartz schon Nita Quartz ein bisschen Charged und Redstone so in Wasser Wurmer Wasser nirgends und bei der Farm hier haben wir so das 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 blub gut wieder nach oben und jetzt müssen wir mal kriegen oder crafting nein kriegen wir noch immer nicht was fehlt noch immer hallo nein ach Gott ich hasse das das muss doch immer aufpassen man darf da nicht mit dem Mausrad fahren scheiße junge was fehlt da noch ähm holz fehlt noch aber was fehlt da drüben noch irgendwas für den hier gold das hammer gut dann fehlt hier ne der Quartz hammer gold prozessoren fehlt redstone dinks dinks haben wir auch für die fehlt Quarzglas Quarzglas haben wir Zertus Quarz und Glas das haben wir eigentlich Quarzglas können wir auch herstellen aber irgendwas passt ihnen noch nicht wir haben gold ich will das extra mit dem mal testen ah glowstone glowstone ich weiß wenn wir es einfach hier gekraftet hätten wären wir schon fertig aber das mache ich jetzt bewusst dass wir es hier kraften weil ich einfach testen möchte ob der wirklich alle Rezepte kann auch die von applied energistic so jetzt haben wir Glowstone und der kann es immer noch nicht er kann den Chartered aber er kann es noch nicht weil so wir haben Quarz Quarzglas können wir Quarzglas, Glowstone, Eisen Redstone, Eisen, Eisen, Eisen Quarzglas kann man herstellen so ah ok den Schritt kann er nicht so jetzt kann man die herstellen und wenn wir die haben kann man naja Putcat Illuminate wollen wir nicht Illuminate Panel aber Illuminate Formation können wir die Formation Dinge hier nein die kennen wir nicht weil warum können wir die nicht was fehlt denn da logikprozessor flux logikprozessoren jetzt können wir sie wahrscheinlich oder genau jetzt können wir sie okay ähm wo kommst du her hab mein aufgang hoch du schwein kann man jetzt den kraftigen Dingsbums machen nein das heißt mit der pleite energistic hatte Probleme aber ich kann jetzt sagen das wollte ich gar nicht das aha okay das geht irgendwie nicht na gut dann könnten wir es doch hier sei mit sei das wollte ich eben nur mal testen ob das wirklich funktioniert oder ob er da wirklich Probleme hat es ist erscheinend hat er doch Probleme na gut müssen wir halt so machen ist doch auch kein Problem ähm das hier 6 Stück und dann von den anderen nochmal 6 Stück so das 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 dann nochmal einmal Terminal ja und den kack hier da fehlt uns ein stinkender Malerkraft den Gebel ehrlich was soll denn der Mist keine kraft in dem es auch einmal gut warten das so eine komische Textur ach okay na gut ähm m m m e kabel da so da habe ich gesagt bis hier hin und dann machen wir hier rüber eine Hochspannungsleitung und zwar von Immersive Engineering da gibt es so schöne Conduit Kyber oder sowas so jetzt müssen wir natürlich Sachen erstmal finden hier Wire Connector und das gibt es nämlich auch für das ME glaube ich so Low Voltage Wire Connector HV ich glaube da für das ME gibt es da eigene hoffe ich natürlich dass die irgendwie aktiviert sind oder auch nicht LV MV ne das ist ja nicht Immersive Engineering das ist ja ja äh die Erweiterung da MI Wire so da sind wir die brauchen wir vier Stück das passt und wir brauchen das Wire natürlich auch dazu nicht nicht sondern wie heißt das andere Zeug das ist ja Immersive Int in so finden wir eher Flug Dance Coil Redstone Wire nein Flux Wire ja Flux Trottel natürlich Flux Wire was denn sonst so vier Stück müssten ich glaub genügen denn hier werden wir dann so machen dass wir den da drauf machen der müsste er connecten oder auch nicht ME Wire Connector super er connectet bei der Ding aber noch nicht mhm also er connectet nicht bei dem ME System was soll denn der Scheiß hier ich bin begeistert Leute aber das sonst noch irgendwas im E-Transformer ich ahne Schlimmes Leute ich ahne Schlimmes ich ahne Schlimmes nein echt jetzt oder was ja klar jetzt habt ihr aber alle das im Schrank oder was ach Gott ach Gott so so nein so eins was fehlt noch immer diese scheiß Dinger hier so 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 ein Transformer und dann brauchen wir noch einen zweiten Transformer was hat denn jetzt gefehlt ach Gott so ein Scheiß hä das hätten wir aber gehabt wurscht jetzt haben wir es ähm so so war ja hammer gut jetzt lassen wir das mal wie sagt ich ahne Schlimmes dass wir das so machen müssen aber wäre ja auch egal man mal so wie sie es wollen wenn wir den jetzt einfach mal hier just for fun hinstellen ok der hätte schon das war ja oben und wenn wir den jetzt hier anschließen dann connectet der nicht überall oder unten ok unten connecter ja überall gut so ups aber dann können wir den hier so hinstellen dass der so aussieht genau wobei dann können wir eigentlich schön hier unten so hinstellen auch in freien hier und dann hier mit dem Kabel anschließen wenn wir noch gescheiter sein können wir das Kabel hier auch eins tiefer legen so so dann stört das hier keinen dann dasselbe nochmal hier ähm so außen hin und dann können wir eigentlich hier mit diesem Wire hier rechtsklicken machen was cannot attach so linking from to bam genau da war hier so eine Hochspannungsleitung sieht cool aus finde ich die oben so drüber gelegt und das heißt wir können dann hier wieder das ME abnehmen ich glaube ich hier irgendwo runter oder halt die Schnauze Junge so das ist das was mich hier wirklich ein bisschen stört ist dass wir das wirklich so machen müssen gut hier runter ja was mit diesem Transformer das war bei den anderen einfacher aber da hast du einfach mhm das Kabel dran geklatscht war jetzt wirklich vom Handling hier einfacher weil du nicht drauf achten hast müssen dass du so ein Transformer hinstellst das hast du viel einfacher können öpple die Sachen transportieren du brauchst halt jetzt für jeden Abnehmer ein ähm Ding da so der macht nicht mal ein Geräusch und ist fertig also okay da komm hoch Junge also wir gehen da diese Schatz Dinger da schon ein bisschen auf den Sack die die ganze Zeit labern aber okay soll halt so sein so ähm ja läuft blödes halt wirklich hm das ist ähm ident ja schade ist es irgendwie dass das nicht mehr so ging wie geht wie früher muss ich ehrlich sagen was das nervt mir ein bisschen was bauert weiter keine ahnung es ist so eine bauerbank die man mobil mitführen kann wie hier unsere bauerbank so und dann hier unten so 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 kann man hier das Kraft im Terminal hin klatschen in der Mitte wenn wir draufklicken haben wir hier im E-Einschluss cool oder jetzt nochmal gucken wir haben hier unten im Keller das heißt wir müssen jetzt eigentlich auch zum Keller hin buddeln wenn wir hier runter gehen kommen wir ja oh Gott genau unten rein das heißt wir könnten es schaffen hier hinten einfach eine Leitung runterlegen da würde ich aber die Leitung gleich mit diesen äh Fluxcoil runterlegen das heißt hier ist so ein komischen Transformer hingeklatscht und dann fahren wir nur noch mit den Lensdingen runter weil die können wir einige Meter legen ich weiß gar nicht wie viel aber es geht einige Meter ähm ja warte mal wir haben ja da draußen wir können eigentlich von denen da draußen gleich weg fahren dass wir hier draußen da reingehen so hier durchlegen sozusagen bei der Keller ist ja hier unten hier ein Stück reingehen schauen dass wir circa bei Keller sind aber das ist so der Mittelpunkt da unten ja jetzt ist zack äh noch ein bisschen und hoffen dass das geht was ich mir jetzt vorstelle so Keller ist relativ genau noch ein bisschen so so schauen wir ich glaube schon gut aus oder zwei noch vielleicht zwei war einer zu viel oder ja komm so zack und zack ja das genügt zumal hier natürlich dann runter ich weiß gar nicht auf welcher Ebene der Keller ist eigentlich es wird ziemlich dunkel für euch aber damit müsst ihr euch jetzt abgeben so kann ich jetzt leider auch nichts ändern ähm ähm so gucken Keller ist noch weiter unten gut vielleicht schaffen wir es gleich direkt irgendwo raus in eine Luke rein so Keller da sind wir eh weiter nehmen ui aber genau in den Raum sind wir gekommen das passt eh perfekt das heißt wenn wir hier runter kommen ist eh cool genau das passt perfekt so wir haben wir diese E-Mail-Dinger noch jetzt haben wir mal testen ob das geht also hier connecten geht das jetzt nicht oder was doch kann ich hier nur ein via connecten jetzt sagt das ich sag das dann hier und hier es geht echt nicht das heißt ich könnte das so machen dass ich hier mal den weg mache dann den hier hinstelle dann sage von hier zu hier auf der connection point ist blablabla irgendwas von hier nach hier geht auch nicht von hier nach hier das geht von hier nach hier geht auch naja ok irgendwo hat er da Probleme Ach Gott Leute so 1 zu 1 Verbindung geht ja aber wir brauchen kein 1 zu 1 Verbindung sondern wir brauchen eine andere Verbindung und zwar vielleicht so von da zu da geht auch nicht man kann das nicht so geht aber ja wenn wir jetzt hier mal so machen vielleicht geht es dann von hier nach hier geht von hier nach hier das geht ok ja dann machen wir halt so ist auch egal so ein wei haben wir noch jetzt die frage ob wir das mit via hier schaffen hier oben ein hin und von hier nach hier wird natürlich nicht gehen weil da das Dings im Weg ist genau wir können da was so machen dass wir von hier hinten nach da vorne genau und dann hier vor das kann man machen gut Leute dann würde ich aber sagen wir bauen das in der nächsten Folge weiter und schauen uns dann das an in diesem Sinne bleibt dran und tschüss das ist ein ganzes Untertitelung des ZDF, 2020